Hallo miteinander, heute darf der Herrmann mal modeln. Es gibt was Neues von Ariad, und zwar endlich Herrenteile in den gleichen Materialien wie für die Damen. Es gibt diese Polo, wie es der Herrmann anhat, in schwarz, in blau, dann gibt es das als Turniershirts in weiß und in blau, und die Mädels, die wissen, was das für tolles Material ist, und endlich gibt es das jetzt auch für die Herren. Man stinkt nicht, man ist immer trocken, also wirklich super, kostet er 74,90 Euro, die Polo ist 49,90 Euro. Und was es jetzt auch das erste Mal gibt für die Herren, sind praktisch diese Funktionsshirts mit Langarm, einmal in dem blau-rot für 54,90 Euro und in dem schwarz. Aber es geht noch weiter, der Herrmann übernimmt mal. Wir haben ganz viele Kinder- und Damenteile von Ariad bekommen. Kinderwästwändewästle, auch die Kinderhosen, auch super schön für Jungs mit Taschen hinten, T-Shirts mit Pferdchen drauf von Ariad, auch das Ariad Thema, das gibt es für Damen und für Kinder, Polos. Und was ganz wichtig ist, es sind Turniershirts kommen, einmal für die Kinder, und dann natürlich die Begehrde für die Damen, mit Punkten, mit schönen bunten Ärmeln, mit so Gebisse und Zügelmuster drauf. Natürlich auch die schrille Sachen von Ariad, auf die ich stehe, oder mit so Gebisse und Steigbügel. Das hier wird bestimmt ein Topseller bei den Turniershirts mit den Streifen, das hat dann die Ärmel Kacktea und so Sachen drauf. Und es gibt elegantere, auch noch einfach blau. Jeder, der es hat, weiß, wie toll es ist. Und dann sind ganz viele Ariad-Hosen gekommen. Und weil wir uns so freuen über die neue Ariad-Modelle und bis letztes Jahr wirklich unsere Topseller waren, machen wir jetzt ein super Angebot zu unserem 25-jährigen Betriebsjubiläum. Bis diesen Samstag, das ist der 8. Februar, machen wir euch für schnell entschlossene 15% Rabatt. Was es auch noch gibt zum Beispiel, sind so tolle Jacke, die gibt es natürlich auch einsfarbig. Und diese tolle Polos in schwarz, orange, blau, mit so tolle goldenen Knöpfe und so goldenem Label. Und die Westler in blau und in orange, die sind wirklich dünn, so wie man es jetzt will. Und wie gesagt, wer bis Samstag kommt und sagt, ich will den Ariad-Rabatt, dann kriegt ihr auf die ganzen neuen Ariad-Teile, inklusive Hosen und Leggings natürlich, 15% Rabatt. Jetzt hätte ich beinahe vergessen. Und die neue Ariad-Turnschuhe in diesen zwei Designs haben wir die. Wir haben aber auch noch andere. Da gibt es auch die 15% Rabatt. Das sind die besten, leichtesten Turnschuhe, die man sich vorstellen kann. Und da gibt es auch noch eine Neuheit. Und zwar, diesen Turnschuh, den hatten wir seither so für den Sommer. Der ist jetzt H2O, auch waterproof. Also jetzt kann man ihn auch im Frühjahr und Herbst anziehen, ohne dass man gleich nasse Socken kriegt. Und hat einen super leichten, bequemen Schuh. Also, jetzt ins Autonei sitzen, losfahren und kommen. Bis dann, ciao. Ciao.